Hallo und herzlich willkommen zu 90's Kids durchgesappt statt Streaming App. Jawoll, erst mal Happy New Year an der Stelle. Hör mal, erste Folge direkt. Frohes Neues. Frohes Neues Jahr. An der Stelle, ja, erst mal herzlich willkommen im Jahr 2023. Die 90er rücken immer weiter weg. Zehn Jahre rechnerisch immer. Ja. An der Stelle wollte ich noch erwähnen, genau, die letzte Folge, die Weihnachtsfolge, das haben wir gar nicht gesagt, war schon unsere 40. Folge. Das ist auch irre, oder? Ui, 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 ja. Also, das mal an der Stelle ging irgendwie schneller als gedacht alles. Heute an meiner Seite aber erst mal begrüße ich Markus und Tommi. Hallo, Freddy. Hallo, Schuhhörer. Sei da gut ins Jahr gekommen. Bitte? Sei da gut ins Jahr gekommen. Ja, total. Ja, alle Vorsätze halten bisher noch bei mir. Stark. Du auch? Ja, natürlich, natürlich. Immer optimistisch bleiben. Ja, heute haben wir ein Thema, was so in die Weihnachts- und Neujahrzeit zwischen den Jahren passt, und zwar ein Fantasy-Film. Oh. Mal wieder. Ein fantastisches Thema quasi. Und zwar geht's heute um Willow. Mhm. Und da hau ich erst mal ein paar Facts raus, bevor wir darüber quatschen. Willow ist ein Fantasy-Märchen aus dem Jahre 1988. Regie führte Ron Howard und George Lucas hat das Ganze produziert. Und ja, ist ein Film für die ganze Familie, würde ich mal sagen. Ich reiß mal ganz kurz die Handlung an, für die Leute, die den Film nicht gesehen haben. Also, spielt, wie gesagt, in einer Fantasiewelt und handelt von dem Nelvin Willow. Der wird gespielt von dem kleinwüchsigen Schauspieler Warwick Davis. Und der findet ein Baby namens Elora am Wasser, am Ufer. Das ausgesetzt wurde offensichtlich. Und ja, als er dann erfährt, dass das Kind die künftige Tonfolgerin werden soll und die grausame Königin Bafmorda auf der Suche nach ihm ist, also nach dem Baby ist, bricht er gemeinsam mit dem Daikini. Das ist quasi die, die Daikini ist die Bezeichnung für einen Menschen. Kein alkoholisches Getränk. Bitte? Kein alkoholisches Getränk. Nein. Nein. Nee. Ja, stimmt. Ähm. Genau, mit dem Daikini Mad Marktingen, gespielt von Wellkilmer, äh, auf ein großes Abenteuer auf. Äh, ja. Dieses Jahr startete im Übrigen auch eine Serie, deswegen, äh. Nee, letztes Jahr schon. Ja, letztes Jahr, stimmt. Letztes Jahr. Äh, jetzt, genau, Ende, Ende letzten Jahres, äh, die die Ereignisse des Films fortsetzt. Dazu kommen wir am Ende. Ähm. Ja. Soviel erstmal zu den Facts und jetzt würde mich von euch interessieren, wann ihr denn den Film das erste Mal geschaut habt. Tommy, fang doch mal an. Ich erinnere mich, dass ich den das erste Mal geschaut habe, ohne dass ich mich an den Film noch erinnern konnte. Aber ich weiß, ich habe den das erste Mal geschaut, da war ich, äh, äh, boah, gute Frage, vielleicht so fünf oder so oder sechs. Da war ich auf dem, auf irgendeinem Geburtstag, runden Geburtstag von meinem Onkel und der hat, ähm, den auf VHS gehabt und hatte dann einfach die Kinder, die da waren, sprich meine Schwester, mein Cousin und mich, mir ins Wohnzimmer gesetzt, während die in der Küche gefeiert haben. Und, äh, da habe ich den das erste Mal gesehen. Kann mich aber, wie gesagt, nur ganz schwer dran erinnern und hab deswegen, äh, vor ein paar Tagen meine Erinnerung noch mal aufgefrischt. Sehr gut. Und, äh, der Film war in etwa so, wie ich ihn Erinnerung hatte, aber auch nur so schemenhaft. Also, ich konnte mich an so ganz kleine Details, so, so ganz, ganz schwach erinnern. Okay, ja. Und hast du denn, kannst du schon so ein Feedback geben, was, also, klar, damals, wie, wie du ihn damals fandest, im Vergleich jetzt, wenn du ihn jetzt noch mal präsenter geguckt hast? Also, ich weiß, als wir damals nach Hause gefahren sind, habe ich mir nachts die Seele aus dem Leib gekotzt, weil ich zu viel Kuchen hatte. Deswegen, keine gute Erinnerung. Das weiß ich noch. Das lag nicht am Film, hoffe ich. Ja, ich konnte mich, ich konnte mich tatsächlich noch, ähm, an dieses, äh, ich glaube, zweiköpfige Monster in irgendeiner Form erinnern. Ich hatte das nur noch als Drachen irgendwie im Kopf. Ähm, ja. Ja, und ich kann mich erinnern, dass, dass Willow mit irgendwas im Arm irgendwie ständig hinfällt und das ist halt dann das Baby. Äh, ja. Das sind so die Sachen, an die ich mich irgendwie erinnern konnte und die mir dann auch wieder, äh, besser in Erinnerung kamen, als ich den Film letzten Sommer geguckt habe. Okay. Und, äh, wo würdest du den einordnen, so von deinem Fantasy-Film-Ranking, sag ich mal, oder, oder wie fandest du den Film? Einfach nochmal jetzt auch, wenn du ihn bewusster nochmal gesehen hast? Also, ich muss gestehen, der ist nicht gut gealtert. Oh. Also, die, ja, äh, gerade die Effekte, also ich finde es irgendwie schade, dass man den nicht nochmal, gerade jetzt auch, wo die Serie rausgekommen ist, nicht nochmal digital bearbeitet hat. Remastered. Ja, nicht nochmal remastered hat. Das hat Star Wars sehr gut getan, wobei ich auch sagen muss, Star Wars zum Beispiel, obwohl der Film viel, viel... Das sehen viele Puristen anders übrigens, ne? Okay. Aber ich finde, Star Wars ist deutlich, deutlich besser gealtert, auch, auch in der, äh, äh, in der Originalfassung. Obwohl es ja, ja, gut, doch, es ist schon Fantasy. Ja, haben wir schon mal drüber gesprochen. Also. Ja, äh, dann, äh, ich, ich gehe gleich darauf ein, noch ein bisschen. Äh, Markus erst mal? Ja, ich, äh, muss ja meinen, meinen 90er-Stolz ablegen. Ich habe den Film zum ersten Mal gestern gesehen. Ja, aber ist ja gut, dass wir jemanden so in der Runde haben. Ja, nee, ich muss auch gestehen, ich, der wäre nicht in meinen Top-100-Sendungen von unserem, äh, Podcast hier gelandet, weil ich den Film einfach überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, irgendwie. Also, als Kind lief der bei mir nie. Keiner hatte die VHS. Der lief bei mir nicht im Fernsehprogramm. Ich weiß gar nicht, wo ihr so die Berührung damit hattet. Also, jetzt gut, bei Tobi habe ich ja gerade gehört. Der lief tatsächlich oft im Fernsehen. Krass. Also, ziemlich oft. Aber ich, äh, fand auch gestern, dass der teilweise, ist ein Familienfilm durch und durch eigentlich, aber der hatte teilweise recht brutale Stellen. Vielleicht, vielleicht wurde ich auch ferngehalten von dem Film deswegen, von meinen Eltern oder so, ich weiß es nicht. Fand den jetzt aber gar nicht so schlecht gealtert. Also, ich meine, das ist eine klassische Fantasy-Geschichte à la, ähm, hier, Legende mit Tom Cruise hatte ich ja letztens auch schon mal nochmal geguckt. Oder auch die unendliche Geschichte. So in diese Richtung gehend. Ja. Mich hat mich nur krass gewundert. Ich habe den angemacht und irgendwann gucke ich und dann geht er über zwei Stunden knapp. Wo ich auch gedacht habe, das ist eigentlich so ein klassischer 90-Minuten-Film. Ich fand, der hatte ein paar Längen zwischendurch, aber... Ja. Ach, und sich war der, war der echt unterhaltsam. Sympathische Schauspieler, sympathisches Trüppchen, was da unterwegs ist. Gut gespielt, das muss ich sagen. Also, ich finde das, ich finde das super. Also, ich finde, das ist gut besetzt. Äh, das ist nach wie vor der Fall. Ähm, aber, äh, ansonsten, ja. Also, ich finde, den kann man immer noch gut gucken, so ist es nicht. Ja, das, das auf jeden Fall. Eine schöne Liebesgeschichte zwischendurch hier. Ja, und auch, du erkennst auch, das war auch für das damalige Verhältnis auch handwerklich gut gemacht, ne? Auch, ich sag jetzt, ja. 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 Mit den Brownies und so. Und das ist schon, das ist schon irgendwie, irgendwie ein Händeslachen. Ja, da kommen wir noch drauf, genau. Ja. Ron Howard als Regisseur, der kann ja sein Handwerk. Ja. Da haben wir über Brownies gesprochen vor ein paar Tagen, Tommy und ich, und, äh, Markus, er hatte diesen Film noch nicht gesehen, war erst mal total irritiert. Ich hatte ein ganz, ich hatte ein ganz anderes Volk erwartet. Ich bin in Amsterdam. Ähm, ja, äh, dann komme ich mal kurz auf, äh, auf den Film. Ähm, ich habe ihn das erste Mal gesehen, er muss so ungefähr das Alter auch wie Tommy gewesen sein, vielleicht ein bisschen später. Äh, er konnte mich auch nur ganz bruchstückhaft daran erinnern. Und ich weiß auch nicht, ob ich ihn voller Länge gesehen habe. Ich habe ihn dann nochmal vor fünf Jahren oder so nochmal geschaut. Ähm, das war aber auch schon spät. Äh, ich kann mich aber daran erinnern, äh, also konnte mich noch einigermaßen gut daran erinnern. Ich wollte ihn aber trotzdem nochmal schauen jetzt, äh, kurz vorher. Deswegen habe ich ihn jetzt auch Anfang der Woche geschaut. Übrigens mal mega gut vorbereitet, wir drei. Wir haben alle drei den Film nochmal geguckt. Ja, ja. Ja. Nicht gut. Und, ähm, ja, ich finde ihn, ich finde ihn super unterhaltsam. Also, es ist ein, es ist eine solide, sehr süßer, gut gemachter, unterhaltsamer Fantasy-Film, kann man sagen, so, ne? Ja. Spielt nicht in der Liga von Herr der Ringe, da ist ja keine Frage, so, ne? Aber... Das ist eine eigene Liga, ja. Und ich finde, er spielt auch nicht in der Liga von die unendliche Geschichte. Das muss ich auch sagen. Ja. Ja. Ja, weiß ich jetzt nicht. Liegt vielleicht auch daran, dass ich die unendliche Geschichte lang nicht mehr geguckt habe. Vielleicht sollte ich den auch nochmal gucken. Aber ich habe gefühlt... Ja, also, den habe ich vor zwei Jahren geguckt, ne? Ist auch schlecht gealtert von manchen Sachen, aber manche Sachen sind noch echt wunderschön anzusehen. Ja, ja. Also, unendliche Geschichte ist ein, äh, unendliche Geschichte würde ich auch noch über Willow einstufen, auf jeden Fall. Aber nicht viel drüber. Aber unendliche Geschichte ist einer meiner persönlichen Darlings halt so. Da müssen wir auch unbedingt jetzt mal den Podcast angehen. Ach, stimmt. Muss man direkt aufschreiben. Ähm, äh, aber, äh, Willow ist auch, ist auch ein guter, also wirklich gelungene, ähm, gelungener Fantasy-Film. Fast schon ja auch Fantasy-Komödie. Also, der ist teilweise ja auch sehr, sehr lustig einfach, ne? Man merkt halt so auch, finde ich, krass diesen Einfluss von George Lucas in den ganzen Dingen. Also, du hast halt, ne, wir kommen jetzt gleich noch auf Charaktere, aber du hast halt auch so ein Duo, was halt so, äh, Comic Relief ist, ne? Ja. Ganz eindeutig. So ein bisschen C-3PO-R2-D2-mäßig. Ähm, und, äh, ja, du hast halt so zwei sehr ungleiche Helden, ähm, die, die ja auch einfach witzig inszeniert sind zum Teil, ne? Also, es ist ja nicht so, dass da einer irgendwie der blutleere, äh, Prinz ist, der irgendwie blass bleibt, aber halt durchweg gut ist, ne? Also, ich mein, Will Kilmers mit Martigan ist halt einfach auch eine geile Rolle. Und, und, äh, du hast, du hast die klassischen Star-Wars-Fates zur nächsten Szene. Ja, das hab ich gestern auch erwähnt. Ja, genau, richtig. Das fiel mir direkt auf. Die sieht man ja sonst nie im Film. Ja. Richtig, richtig. Und, ähm, ja, also, ich find, äh, find den eigentlich cool. Und ich bin ja ein Fan von diesen, äh, hatte ich ja schon mal gesagt, von diesen Handmade-Effekten, die auch bei Star Wars noch drin sind. Ja. Ähm, deswegen mit dem nicht gut gealtert zum Beispiel. Ich glaube, wenn du den, den Rancor zum Beispiel aus Episode 6, ne? Der da, äh, unten in dem Verlies ist, äh, von Jabba, der ist ja auch mit der gleichen Stop-Motion-Technik gemacht, zum Beispiel wie jetzt der zweiköpfige Drache. Ähm, da ist nicht viel Unterschied. Ja. Das ist genau gleich, so von, von dem, von dem, äh, Effekt an sich. Ja. Also, das ist beides gleich gealtert, würde ich sagen. Aber es gibt natürlich so Sachen, so zum Beispiel, das kann ich jetzt schon mal erwähnen, die haben jetzt das erste Mal die Morph-Technik angewendet bei diesem Film. Und, äh, das ist die Szene zum, äh, wo, ähm, äh, 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 die Hexe Finn Raziel sich wieder zurückverwandelt, wo er es dann endlich schafft, quasi sie, äh, sie wird ja die ganze Zeit über den Film in einem Film verwandelt. Ja, das finde ich cool, das finde ich cool, ja. Und am Ende kommt sie ja zurück und da, äh, da siehst du natürlich, okay, äh, wahrscheinlich war es damals so, oh, krass, cool. Ja, aber das fand ich trotzdem cool gemacht. Das ist halt ein Effekt, der ist sehr schlecht gealtert. Äh. Ich fand den gar nicht so schlimm gestern. Ne, aber, äh, was ich, was ich echt cool fand, war halt diese, halt die Gags zwischendurch. Solche ganz am Anfang, wo der Zauberer dann so einen Stein hochwirft und sagt, folgt den Vogel und erklärt euer Ziel gelangen. Er fliegt zurück zum Dorf. Äh, okay, folgt dem Fluss. Ja, der war super. Ja. Da musste ich wirklich laut lachen. Ja, der Film ist halt, der ist auch lustig, also der schafft es tatsächlich immer noch, äh, auch, also die Gags sind gut gealtert, kann man auch sagen. Ja, das auf jeden Fall, das, zwei Witze, da musste ich echt lachen gestern. Ja. Also insgesamt, wie gesagt, ein guter Film. Das Einzige, was ich halt hatte, ich hab den vor fünf Jahren gesehen und ich, ich hab halt gemerkt, die Story, ähm, war wieder weg. So, also jetzt, wo ich das gesehen hab, dann nochmal, ähm, hab ich schon gemerkt, dass viel irgendwie, grad so diese, diese Grund, äh, Situation mit dem, mit dem Baby, also mit dieser Ellora, die halt dann irgendwie, ähm, äh, gefunden werden muss und so. Mir war die Motivation der Helden nicht mehr so vor Augen. Ja. Du hast aber auch verdammt viele Charaktere, ist mir gestern aufgefallen und ich bin ja froh, dass du die Story grad vorgestellt hast, weil die haben ja auch alle krass komplizierte Namen, finde ich. Dann hast du verschiedene Völker. Du bist halt in so einer Fantasy-Welt auf einmal drin, die komplett für sich ist, aber du musst erstmal durchblicken, wer ist jetzt wer, wer ist mit wem und wer will was. Also das ist echt schon nicht ohne. Also für einen Kinderfilm eigentlich schon recht kompliziert. Ja, ja. Apropos Kinderfilm, jetzt auch nochmal zum Stop-Motion, wollte ich auch noch grad erwähnen, äh, wo du grad gesagt hast, teilweise ziemlich brutal, da muss ich direkt an die Szene denken, wo er, äh, die sind ja dann in dieser Burg und da sind diese Trolle, ne? Genau. Und ein Troll, genau, und ein Troll verwandelt sich ja in den Drachen. Ja. Ja. Und, äh, wenn er ihn dann verwandelt, also, oder, keine Ahnung, was er mit dem Troll vorhatte, er wollte ihn, glaub ich, nicht verwandeln und der einfach dieses Gehirn wird, Alter. Ja. Das gehört, wo dann die beiden Drachenköpfe durchdrücken, so. Ja, das aussieht wie bei Braindead, ey. Ja. Das hätte wirklich Peter Jackson sein können. Also, also nicht, das Ding war nicht Peter Jackson, sondern das hätte eine Szene aus einem Peter-Jackson-Film sein können. Ja, ja, schon klar, schon klar. Ja, genau die Szene hat er jetzt auch im Kopf. Ansonsten, es werden auch unglaublich viele Leute einfach abgeschossen, ne? Ja. Viele Schlachten, viele Ritter. Ja. Aber das war halt damals so. Und als, und als die Königin, äh, die alle in Schweine verwandelt, ey. Ja. Also, das hatte ich zum Glück, das hatte ich irgendwie, glaub ich, als Kind gar nicht gesehen, aber ich hätte da Albträume bekommen. Ja. Das ist ja fast wie Hexen-Hexen, wenn die Kinder zu Ratten werden, zu Mäusen werden oder sowas. Ja, ja, ja. Das ist wirklich krass. Also, das ist schon ein bisschen, bisschen krasser. Diese Schweineverwandlung geht ja auch gefühlt mehrere Minuten lang, also richtig krass, wenn die drauf fallen. Ja, ja. Und, und, und das, muss ich sagen, ist gut gemacht. Also, die Maske war wirklich super. Ja. Das, das war wirklich gut gemacht. Ja, ja, voll, voll. Also. Ja, lass uns dann noch mal direkt auf die Figuren kommen. Äh, Markus hat ja schon erwähnt, da gibt's einige. Ja. Deswegen wollen wir mal so ein paar rauspicken. Äh, an erster Stelle natürlich der titelgebende Held, äh, Willow, gespielt von Warwick Davis. Der übrigens, äh, Warwick Davis hat ja so quasi sein Debüt, äh, in Star Wars als Ewok. Ah. Und, ähm, George Lucas hat ihm quasi, also, die haben sich da ja kennengelernt am Set. Und er hatte diese Idee wohl schon für diesen Film. Und hat, äh, aber am Set hat sich die Idee da noch mal konkretisiert. Und dann hat er mit, äh, mit, äh, Warwick Davis Mutter. Man muss ja dazu sagen, Warwick Davis war zu dem Zeitpunkt, wo er Willow gedreht hat, war der auch erst, der war 19 oder so, ne? Ich hab auch geguckt, der war maximal 20 oder so, glaub ich, ne? Ja. Ach, krass. Und genau, richtig. Und ist schon Vater von zwei Kindern. Oh. Ja, krass. Äh, nee, also in dem Film war nicht. Ähm, äh, äh. Aber auch voll das süße Bild, was du da als Hintergrundbild hast. Stimmt, 18 war der da, 18, 19, ja, ist krass. Ja. Und, äh, hat quasi während der Dreharbeiten von Star Wars wohl schon mit der Mutter von, äh, Warwick Davis gequatscht und meinte, ja, er hätte, er hätte da was und er würde gerne, äh, Warwick Davis für die Hauptrolle haben. Und hat dann quasi angefangen, erst das komplette Skript zu schreiben. Ach, cool. Cool. Cooles Story. Also er wollte ihn quasi, wollte ihn zum Star machen. Finde ich irgendwie süß. Äh, äh, zurück zu Willow. Also Willow ist ein Nelvin. Nelvins sind quasi in dieser Welt, äh, ja, ein, also, ja, so ein bisschen mit Zwergen zu vergleichen vielleicht, äh, ein, ein zwergenartiges Volk, kann man sagen. Ja, wie die Hobbits ein bisschen, ne? Fast. Bitte? Wie die Hobbits fast ein bisschen. Ja. Ja, genau, wie die Hobbits. Richtig. Die pflanzen viel an, friedliebend, ne? Keine Krieger, äh, doch, wobei, doch Krieger schon. Krieger gab's, genau. Und, äh, ja, äh, er ist quasi, ja, sehr, der gutmütige, äh, Held, ähm, der dann, äh, quasi oft auf die Reise geht und sich um dieses Baby kümmert. Kleiner Held, ganz groß, kann man sagen. Oh. Ne, ist auf jeden Fall, ist eine schöne Geschichte irgendwie. Und er ist halt auch ultra-sympathisch, also sympathischer Schauspieler, sympathische Figur irgendwie. Klassischer Held eigentlich, in klein. Genau, genau, richtig. Ähm, dann kommen wir zu Matt Martigan, äh, gespielt von Will Kilmer, der ist ein Daikini, beziehungsweise Mensch, also ich glaub, Daikini, so hab ich das zumindest interpretiert in dem Film, ist die Bezeichnung der Nelvins für Menschen. Habt ihr das auch so gesehen? Ja. Ah, ja. Ähm, aber die Menschen haben doch auch wieder einen anderen Begriff für die Nelvins, oder die nennen ja Willow die ganze Zeit irgendwie Peck, oder? Ja, so hab ich's auch verstanden. Das hab ich nicht verstanden. Peck ist, glaub ich, Peck ist so ein, äh, ist ein Schimpfwort. Ja. Aber das wird nicht irgendwie erklärt oder irgendwie näher, wofür das steht, abkürzungstechnisch oder wo das herkommt oder irgendwie. Ne, ne, ne. Das hat mich gestern verwirrt. Kleiner Peck, so, das ist so, äh. Das ist das P-Wort sozusagen. Ah, oh, oh, da hab ich das P-Wort gesagt. Ähm, ja, äh, ist auf jeden Fall, haben wir ja schon drüber gequatscht, ist auch ne coole Figur, gut geschrieben, äh, ist halt, ne, nicht der typische blasse Prinz, äh, sondern halt ein, äh, ja, eigentlich jemand, der... Macht halt viel, viel Wandlung durch, ne, am Anfang ist er halt der, der blöde Dieb, der eigentlich nur für sein eigenes Leben kämpft und dann entdeckt er doch die Liebe, die Liebe zum Baby, die Liebe zur Frau, die Liebe zu Nelvins. Hat man so ein bisschen, äh, hat ein bisschen Han Solo-Vibes, ne, muss man sagen. Ja, das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Und die zweite lustige Szene, wo er sich als Frau verkleidet, wo ich auch lachen musste. Ja, ja. Stimmt. Fand ich super. Ja. Äh, dann haben wir auf der anderen Seite Sorsha, äh, gespielt von Jean Welley, das ist die, äh, Tochter der Königin und, äh, ja, Bafmorda, Bafmorda. Heißt die nicht? Heißt die nicht? Heißt die nicht? Heißt die nicht? Jean Marge. Also die, die Tochter. Bitte? Heißt die nicht? Eine sehr schöne Frau. Jan Welley? Bitte? Heißt die nicht Jan Welley? Oder wird das so? Jean Welley? Nee, Jean nicht. Jean nicht, glaub ich. Weiß einer mittlerweile, wie Katie Seagal richtig heißt? Seagal? Ähm. Ja, auf jeden Fall. Ja, die ist auch gut gealtert, muss ich, muss ich sagen. Die spielt ja in der, in der neuen Serie auch mit. Ja, okay. Eingeworfen. Ähm. Ja, äh, ja, das ist so, also, das ist so, das ist so, das ist so vielleicht mein einziger Kritikpunkt an dem Film, oder größerer Kritikpunkt an dem Film, dass, äh, diese, diese Wandlung von ihr, sie ist ja natürlich auf der Seite ihrer Mutter und diese Mutter hat ja, äh, quasi diese, ähm, Vision oder, oder ihr, ihr, ihr Hexenmeister oder der Meister ist, diese Prophezeiung, dass halt, äh, eine Frau sie vom Thron stürzt. Und sie denkt ja die ganze Zeit, dass es diese Elora ist, am Ende ist es ja ihre eigene Tochter, so, ne, das ist ja so die Krux an der Sache. Ähm. Ah, stimmt. Ja. Und, äh, diese Wandlung von ihr kommt mir ein bisschen zu plötzlich, muss ich gestehen halt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist so, wie. Ja, gerade bei Matt Martigan spricht er mit ihr quasi über die Liebe in seinem, in seinem, äh, Zauberstaubrausch, aber sie nimmt das halt so für bare Münster, dass sie von jetzt auf gleich sich komplett, äh, in ihn verliebt, wo ich mir denke, hä, aber der hat dich gerade verarscht. Ja. Und dann lieben sie sich ja trotzdem, aber, äh, leichtgläubig die Frau. Ich fand übrigens, es war auch eine sehr witzige Szene. Ja. Wo er, wo er den Liebestrank abkriegt. Das, das, das mit diesem Staub ist im Prinzip die filmische Version von, ich bin besoffen und es war dunkel. Ja. Genau. Der Staub hat aus mir gesprochen. Ja. Das war auch, das war sehr witzig. Ähm, ja. Also, wie gesagt, dieser, dieser, ne, sie, er, sie wird von ihm geküsst und dann fängt sie schon an, so alles zu hinterfragen. Das hast du ja schon gemerkt, so, dann, und dann geht das irgendwie in diesem, in dieser Burg geht es halt relativ schnell. Ja. Dazu habe ich aber auch was rausgefunden. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, weil ich ja auch die Fragen heute machen musste. Oh. Habe ich aber nicht als Frage, äh, genommen, aber es gab tatsächlich eine Deleted Scene, wo, ähm, sie ihren Vater trifft. Und zwar ist der Vater, äh, in dieser Burg, wo quasi ja dieser Drache auch auftaucht, ähm, dieser Zweiköpfige da ist, ähm, sind ja die, die Menschen versteinert. Ja. Und, äh, einer dieser versteinerten Menschen ist wohl ihr Vater in der Deleted Scene. Ah. Und er nimmt Kontakt zu ihr auf, die kommunizieren irgendwie und er macht ihr klar, dass, äh, dass quasi ihre Mutter das Problem ist und sie sich auf die Seite von, von Willow und, äh, Matt Martigan stellen sollte. Das hätte ich cool gefunden. Oh, eine wichtige Szene. Ja, voll, voll. Das hätte ich auf jeden Fall dringelassen. Ja. Das ist ja echt gut. Ja. Jetzt steht's da nur und sieht Matt Martigan, äh, wie ein Drachen töten und man, und sie so, oh, das ist ja ein Krieger, dann liebe ich den jetzt halt. Tschüss, Mama. Ja. Ja. Genau. Nee, schade, dass die Szene raus ist. Ja, also das macht irgendwie, das hätte irgendwie Sinn ergeben, wenn sie die dringelassen hätten. Äh, ja, dann Baph Morda, wie gesagt, ne, ist die, die, äh, Königin, gespielt von Jim Marsh. Ja, ist halt eine klassische Märchenkönigin, würde ich mal sagen, ne. So wie die Stiefmutter bei Schneewittchen. Ja. Und so weiter und so fort. Wenig, wenig, äh, Präsenz eigentlich im Film, außer am Anfang und am Ende kurz, oder? Ja, zwischendurch auch mal, aber das ist, ist jetzt keine besonders außergewöhnliche Figur und das ist halt die klassische Sturken, würde ich mal sagen. Genau. Ja. Dann gab's noch ein paar, äh, Nebenfiguren, ähm, da haben wir zum einen Finn Raziel, gespielt von Patricia Hayes, das ist diese Magierin, von der wir auch kurz gequatscht haben, ne, die halt dann die Willow auf dieser Insel findet, erst als, äh, ich glaub Opossum, ne, war es am Anfang. Ja, genau. Dann wird sie in einen, äh, in einen Rahmen verwandelt von Willow, weil er noch, äh, an seinen Zauberkünsten arbeitet und noch nicht, äh, quasi die menschliche Gestalt hinbekommt und, ähm, letztendlich, ja, wird sie, glaub ich, da noch eine Ziege und dann am Ende ... Löwe noch oder so zwischendurch auch, ne? Ein Tiger, ne? Ein Tiger, ja. Eher in dieser Morph-Action dann irgendwie, da wird sie ja dann Strauß raus. Ach ja, genau. Die gute Frau übrigens auch bekannt als unendliche Geschichte. Zwar nur in einer kleinen Nebenrolle, aber ... Ach ja, interessant, weil Patricia Hayes sagte mir was. Ja, ja. Ist aber auch leider schon seit 98 verstorben. Ja, die war ja auch schon alt zu dem Zeitpunkt. Ja, ja, ja. Also das muss man ja dazu sagen. Dann haben wir, äh, Rule and Frangine, äh, das sind, äh, gespielt von Kevin Pollack und, äh, Rick Overton. Das sind quasi Brownies, da sind wir jetzt beim Thema. Brownies sind, äh, quasi nochmal, ist nochmal ein anderes Volk in dieser Fantasy-Welt. Und das sind, ja, quasi, ja, wie kann man das vergleichen mit Elfen? Oder also auf jeden Fall sehr kleine Insekten. Die Elfen gab's ja auch am Anfang eigentlich. Die werden, die führen noch zu der Haupt-Elfin hin. Die Brownies führen noch zu dieser Fee. Und da fliegen ja auch Elfen drumherum. Aber die haben ja keine Flügel. Also die Brownies, die sind noch kleinere, kleiner. Ich würde die eher fast so als Lilliputaner bezeichnen. Ja, Lilliputaner ist gut. Stimmt, weil die eine Szene hat ja ein bisschen an Gulivas Reisen erinnert, wo, äh, Willow da gefesselt auf dem Boden lag. Da hab ich direkt an Guliva gedacht. Ja, stimmt. Ähm, ja, das sind halt so, ja, definitiv. Also es ist, äh, halt das Volk, was dann quasi, äh, äh, auf die, sich auf die Suche gemacht hat nach diesem Baby. Und, ähm, ja, die beiden schließen sich ja dann Willow und Matt Martin genannt haben dann auf, auf ihrer Reise dann. Genau. Und sind so, ja, wie gesagt, so die Comic, das Comic Relief. So, ne? Also ganz, ganz krasse Ähnlichkeit zu C3PO und R2D2 hatte ich da halt. Ja. Um nochmal den George Lucas Vergleich zu bringen. Ich fand den sogar auch ein bisschen wie Merry und Pippin. Ja, stimmt. So wie immer ein bisschen, so ein bisschen stimmungsvolle, äh, Zeitkicks, die mitlaufen irgendwie. Ja, genau. Dann haben wir, äh, noch Erk. Erk? Erk? Gespielt von Gaven O'Hurley High. Keine Ahnung, ob das richtig war. Der ist ein Ritter, der spielt da den, äh, quasi ist, äh, ja, im Widerstand, würde ich sagen. Äh, einer der Ritter oder der, der befehlshabenden Offiziere im Widerstand gegen, äh, die Königin. Ist das der, der Matt Martin am Anfang nicht aus dem Käfig befreit, oder? Ja, richtig, genau. Ja, genau. Ah, okay. Genau. Der ja dann, äh, später dann in der finalen Schlacht auch stirbt. Ähm, ja. Das stimmt. Ja, und sonst, genau. Sonst haben wir dann noch andere Melvins, äh, unter anderem Migos, gespielt von David J. Steinberg oder Wonka von Phil von der Caro gespielt. Das sind, äh, ja, die sind dann am Anfang dabei, aber sind ja dann auch relativ schnell wieder auf dem Weg nach Hause. War Migos der etwas dickere, größere? Ne, das war Migos war der, so ein bisschen der Sam, Sam Weiß Gamchi. Ach, der, der zurückgeschickt wurde dann nach einer kurzen Zeit auch, oder? Ja, den, den Willow dann quasi, wo Willow gesagt hat, ja, du musst nicht mitkommen, äh, geh zurück. Ah, ja. Den hab ich jetzt eine ganze Zeit Miguel genannt. Miguel geht zurück nach Hause. Miguel. Ja. Ich mochte nur diesen, diesen, diese Bürgermeisterfigur gefühlt, diesen dickeren, etwas größeren. Ja, der war ja unsympathisch, richtig unsympathisch. Der war ja, äh, glaub ich, der, dem Gürtel das Land, wo, äh, Willow, glaub ich, äh, seinen, seinen Bauern anpflanzt, ne? Ja, ja, für mich etwa so ein klassischer Bürgermeister, der nur immer Geld will und weiß nicht. Ja, ja, halt unsympathisch, ja. Genau. Aber auch so gut so geschrieben, halt ganz einfach, mit einfachen Mitteln. Ja. Und wer dann auch mit zur ersten Mission musste, richtig schön overacted. Ja. Dann geht ihr, du musst mit. Nein! Das Schauspiel der 80er, 90er ist immer wieder super. Nein! Ja. Ja, ist auf jeden Fall, äh, kriegt auch immer die Scheiße ab. Ja. Nee, oder Kotze, erst Babykotze und am Ende hat er doch auch irgendwas abbekommen. Ja. Vogelscheiße. Ja, Vogelscheiße, genau. Ja. Ja, wer ist denn eure Lieblingsfigur von dem Ensemble? Sind ja ganz schön, ganz schön viele Figuren dabei, ne? Ja, das stimmt, schwere Frage gerade. Also, ich sag mal so, normalerweise würde man ja sagen, Matt Martin, das ist der klassische Sidekick. Aber ich muss ganz, ganz plump sagen, Willow. Weiß ich nicht, ich finde, ich finde, Willow ist irgendwie, also das ist eine rundum gelungene Figur. Ein sehr, sehr sympathischer. Das stimmt. Und zu keinem Zeitpunkt nerviger Protagonist. Ja. Der zieht einfach los, um sein Ding zu machen, ne? Ja. Ohne bloß zu meckern. Ja. Der mag dieses Baby jetzt einfach, der will sie retten, der will nach Hause, zu seiner Familie und fertig. Ja. Ja. Das stimmt. Aber ich bleib trotzdem bei Matt Martin, weil, und oder den, den, den Hexer des Dorfes. Aber der kam mir leider nicht so viel vor. Ach, dieser, der, der Zauberer. Ja, der mit dem hier zieht an meinem Finger, ich hab einen Witz für dich. So kam mir das vor, was er da macht. Ja. Und bei dir, Freddy? Ja, auch schwierig. Also Willow und Matt Martin kann ich mich gar nicht entscheiden. Matt Martin ist halt auch, Walt Kimmer spielt den auch richtig cool und ist auch eine coole Rolle. Aber Willow gefällt mir auch einfach, ist auch einfach cool, so irgendwie. Ist, glaube ich, auch sehr revolutionär, einfach für, als kleinwüchsiger Schauspieler so eine Rolle zu spielen. Und ich find das einfach alles cool. Also ich mag die, mag die Figur, mag den Schauspieler. Gibt's heutzutage gar nicht mehr, oder? So kleinwüchsige Schauspieler in Hauptrollen? Peter Dinklitz? Natürlich. Der steht gerade dafür. Der stimmt. Der hat jetzt in Serrano erst mitgespielt. Stimmt, ja klar. Dann zieh ich alles zurück. Ja. Es gibt einfach so gute Fantasy-Filme nicht mehr. Ja, das kann vielleicht sein. Will and Friend Gene fand ich auch ganz cool eigentlich. Die Sidekicks. Ja. Aber es sind auf jeden Fall coole Figuren. Es ist ein cooles Ensemble. Ich glaub, das macht den Film auch so ein bisschen, ne? Macht ihn sehr interessant, dass es wirklich so eine Vielfalt gibt an Figuren und Völkern, wie gesagt. Das mag ich immer. Ja. Und wenn's auch so alles schön harmoniert zusammen. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Gibt auf jeden Fall auch Filme, die, Fantasy-Filme, die deutlich schlechter gealtert sind. Genau. Ähm, ja. Funktioniert noch. Ja. Ich wollte gerade sagen, die Endschlacht gegen die Böse, die war vielleicht ein bisschen zu too much von den Effekten her mit dem Rauch und Alm und sowas und den Zaubersprüchen. Wobei, der Zauberkampf zwischen den beiden Hexen am Ende erinnerte mich ein bisschen an Gandalf und Saruman wiederum. Ja. Ja, total. Total, ja. Da hab ich gestern gedacht, hä, jetzt lassen sie sich gegeneinander rumfliegen? Das kenn ich doch alles. Ja, ja. Genau das hab ich auch gedacht. Also, das war wiederum cool teilweise, aber wie gesagt, dann, klar, wenn so ein Zauberstab glüht aus den 80ern, sieht anders aus als heute. Und, und ich find das halt auch cool, äh, dass, dass, ähm, Willow, äh, diesen, diesen billigen, ich sag mal, Taschenspielertrick benutzt, um das Baby verschwinden zu lassen, ne, was er am Anfang schon mit dem Schwein macht. Ja. Das fand ich schon irgendwie cool. War eine gute Klammer. Mich hat der das auch erst verarscht. Ich hab's erst nicht gecheckt. Nee. Freunde, wenn ihr Lust habt, auf ein bisschen Interaktion, dann hab ich da ein paar Fragen vorbereitet. Oh, ich hoffe fünf. Oh, warte, jetzt muss ich durchzählen. Nein. Fünf Stück. Fünf Stück und eine Schätzfrage. Wie kommt denn das, Freddy mal Fragen stellt hier? Ah, ich hab mich richtig, äh, muss ich sagen, ich hab mich richtig gefreut, nochmal Fragen zu stellen. Eigentlich mach ich das auch sehr gerne. Ach schön, der muss häufiger mal verlieren. Ja, äh, genau, letztes Mal hab ich verloren, in der großen Runde sogar, letzter geworden. Das ist schon sehr demütigend. Ja, war knapp. Es war knapp. Es war sehr knapp. Ja, mit 300.000. Ich wollte grad sagen, da ist... Deine Hotelbesuche will ich mal sehen. Der kleine Kevin hat sich Koks und Nutten aufs Zimmer kommen lassen. Gut, dann, äh, würde ich mal sagen, äh, starten wir nochmal mit dem Filmquiz. Seid ihr ready? Ja. 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 Okay, dann kommen wir jetzt zu Frage 1. Oh, oh. Äh, der Name des zweiköpfigen Drachen ist in Anlehnung an zwei Personen der Öffentlichkeit entstanden. Er heißt Iberisk, gebaut aus dem Namen der Filmkritiker Roger Ebert und Gene Siskel. Ach Mist, das wär die Frage. Ron Howard sagte aber mal, dass die Köpfe des Drachen auf Grundlage einer bestimmten Person entworfen worden sind. Seinem Bruder Clint. Was ich an der Stelle sehr reizend finde, oder? Ja, auf jeden Fall. Die Frage lautet, in welcher Rolle tritt dieser in fast all seinen Regiearbeiten in Erscheinung? A. Er ist Gastro-Manager und betreibt die Catering-Firma. B. Er hat immer einen Cameo-Auftritt. C. Er ist der zweite Regieassistent. Oder D. In gar keiner. Äh, Tommy. Ich sag in gar keiner. Oh, ist Freddy so fies neuerdings. Dann, äh, bleib ich beim, äh, bleib ich. Ich nehm das Catering. Das Catering. Ach, klingt so, hier Bruder, mach mal Würstchen für alle. Äh, dann habt ihr beide, äh, ins Klo gegriffen. Es ist nämlich einfach der Cameo-Auftritt. Ach, scheiße. Ja, das wäre tatsächlich meine zweite Wahl gewesen. Wie immer. Wie immer. Äh, ärgerlich. Tja. Frage 2. Warwick Davis ist auch abseits seiner Schauspielarbeit in Großbritannien regelmäßig im TV zu sehen. Was für eine Sendung moderiert er? A. Eine Kochsendung. B. Eine Quizshow. C. Ein Gartenmagazin. Oder D. Ein True-Crime-Format. Markus. Boah, ich versuche mir gerade vorzustellen mit so einer Kochmütze oder sowas. Äh, ich glaube, ich nehm aber, ich nehm True-Crime. Okay. Tommy? Ich sage, eigentlich würde ich auch True-Crime sagen, aber ich sage. Darfste. Nee, nee. Ich will es ja spannend machen. Ich sage, eine Gartensendung. Ah, hätte ich als zweites genommen. Ein Gartenmagazin. Oder ein Gartenmagazin. Und es ist eine Quizshow. Echt? Ja, die Sendung heißt Tenable und läuft tatsächlich schon seit, äh, 2016. Okay. Im Fernsehen. Ah, ist ja das langweiligste an Antworten. Schade. Nee. Ja. Das sind ja zweimal sehr langweilige Antworten gewesen. Ja, ich erkenne das Schema. Frage 3. Im Film hört man das ein oder andere Mal auch den weltberühmten Wilhelm-Schrei. Ja, ja. Ist euch bestimmt aufgefallen, oder? Ja, ja, ja. Wie oft ist er denn gefallen? Sind wir schon bei der Schätzfrage? Nee. Ja, dreimal tatsächlich. Der Wilhelm-Schrei ist ein Soundbite, den Lukas bereits in Star Wars eingesetzt hat und der auch in zahlreichen anderen Filmen auftaucht. In welchen der folgenden Filme ist dieser Schrei aber nicht zu hören? Boah. A. Toy Story. B. Der Herr der Ringe, die zwei Türme. C. Superman 3, der sterlende Blitz. Oder D. Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Tommy. Indiana Jones, Superman. Genau. Toy Story, Der Herr der Ringe, die zwei Türme, Superman 3 oder Indiana Jones 3, also und der letzte Kreuzzug. Ich sag Toy Story. Okay. Hätte ich auch gesagt, aber der Film ist so abstrus bei den Antworten, dass ich den auf jeden Fall jetzt dann doch nehme. Herr der Ringe bin ich mir eigentlich recht sicher. Ich weiß nicht, ob es jetzt der Teil war. Deswegen würde ich Superman nehmen. Superman 3? Genau. Toy Story, der tanzt so aus der Reihe leider. Die haben so bestimmt so was Cooles gemacht. Und dann haben wir tatsächlich jemanden, der führt. Und zwar ist es Markus. Superman 3 ist richtig. Da taucht er nicht auf. Habe ich. Huh, Glück gehabt. Herr der Ringe war mir ich nur sicher. Frage 4. Will Kilmer ist in der Rolle des Mathematikern nicht mehr wegzudenken. Doch wer sprach ursprünglich für die Rolle vor? A. John Cusack, B. Billy Dee Williams, C. Tom Cruise oder D. Edward Norton? Markus glaube ich. Äh, A. John Cusack. Das kann man aber schnell. So bin ich. Ja, Markus hat ... Ja, ich gehe mal davon aus, dass er recht hat. Aber ich sage trotzdem was anderes. Ich sage Tom Cruise. Ich habe nur geraten, muss ich gestehen. Da wärst du lieber deiner Intuition gefolgt. Äh, John Cusack ist richtig. Ah! Ja. Ich finde, John Cusack ist ein Name, den liest man irgendwie häufig für Rollen, die er nicht genommen hat, habe ich das Gefühl. Ja, er hat, äh, er hat sie tatsächlich, ähm, was heißt nicht genommen? Er hat, äh, er hat einfach gegen Will Kilmer verloren. Also. Ah, okay. Ja, ja. Ähm, ja, gut, dann ist ja eigentlich schon durch. Wollt ihr trotzdem, Frage 5 wollt ihr trotzdem hören, ne? Ja, immer, klar. Ach, ich dachte, das wäre schon Frage 5 gewesen. Ich weiß nicht. Nee, 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 Frage 5 kommt drauf. Ach, krass, Kacke. Ja, dann hätte ich das besser genommen. Ja, dann. Spulen wir zurück. Okay, dann steht es 2 zu 1. Nein. Frage 5. Die chinesische Regierung hat George Lucas zunächst verboten, Landschaftsaufnahmen für den Film in China zu drehen. Wie ist er dieses Problem umgangen? A. Er hat Fotografen engagiert, um Fotos vor Ort zu machen, die später per Blue Screen in den Hintergrund eingefügt worden sind. B. Er hat einen Deal mit der Botschaft gemacht und zusätzlich Aufnahmen für einen international vermarkteten Dokumentarfilm über Chinas Landschaften angefertigt. C. Er hat Ron Howard und Warwick Davis mit kleinem Team, 5-Mann-Team, als vermeintliches Travel-Team rausgeschickt, die daraufhin genau die Shots gedreht haben, die benötigt wurden und die wurden dann danach im Schnitt gut gefakt. Oder D. Gar nicht. Er hat stattdessen auf der Stuart-Insel, die gehört zu Neuseeland, gedreht. Dann wäre jetzt Tommy, glaube ich, ne? Oder? Nee. Ja. Doch. Richtig. Ja. Ich sag, ähm, A. Okay. Ich frage jetzt auch nicht nochmal nach alten Antwortmöglichkeiten, aber ich fand, äh, ich weiß nicht mehr, was es war, aber ich fand B. Von der Antwortmöglichkeit schön. Er hat einen Deal mit der Botschaft gemacht und zusätzlich Aufnahmen für einen international vermarkteten Dokumentarfilm über Chinas Landschaften angefertigt. Genau. Okay. Ja, damit, äh, ja, Tommy, es ist echt bitter. Du hättest, äh, hättest bei Frage 4 auf dein Bauchgefühl. Nein! Ohne Witz, ich dachte, es ist ja Frage 5. Es sagt, ich, also ich hab wirklich gedacht, ich kann halt nur noch verlieren. Das war halt der Grund, warum ich schon Q6 genommen hab. Ja, bitte. Tommy, ich mach einen Deal. Ich nehm, ich nehm den Sieg zwar an, aber für den nächsten Talk mach ich die Fragen trotzdem. Ähm, nee, die Fragen mach ich ja gerne. Ich verliere nur ungern. Ah, okay. Ja, ja, ja. Eben, wollte ich grad sagen. Aber ich will trotzdem noch die Schätzfrage wissen. Okay, ja, Schätzfrage ist, Willow hatte den größten Castingaufruf für kleinwüchsige Schauspieler der Filmgeschichte. Wie viele kleinwüchsige Darsteller wurden letztendlich für den Film gecastet? Tausend. 225. Alter, Tommy, es sind 225 bis 240. Ich weiß, das hatte ich gelesen. Nein! Boah, wie gut, dass du Frage 4 nicht richtig aufgepasst hast. Ich bin der Gewinner der Herzen. Ich bin der Gewinner der Herzen. Ich nehm meine Zeitmaschine von eben wieder zurück. Stimmt. Die Leichtfertigkeit bei Frage 4, sonst hättest du gewonnen. Ja, ohne Witz. Ich dachte wirklich, es wäre Frage 5. Also ich dachte... Das ist bitter. Das ist echt bitter. Ja, das wäre die Comeback-Geschichte gewesen. Ja, das fühlt sich ja nicht mehr so gut an, aber ich nehm ihn trotzdem. Ja, das ist doch schön. Ja, dann lass uns doch hinten raus nochmal erstmal ein bisschen Kritik. Ich hab mir jetzt angewöhnt, immer so ein bisschen bei der ganzen Nostalgie immer auch so ein paar kritische Fragen zu stellen. Wir sind ja ein Investigativ-Podcast. Das stimmt. Und zwar hat ja Peter Dinklage, hat sich geäußert jüngst, und zwar negativ darüber kleinwüchsige Schauspieler immer in Stereotypen Fantasy-Rollen zu besetzen, zum Beispiel Zwerge etc. Da gab's jetzt ja natürlich unter anderem auch bei Schneewittchen, der in Aufruhr, weil Disney gerade quasi eine Realverfilmung von seinem Klassiker macht. So wie von allen anderen auch, ne? Genau. Also für mich, ich finde die Kritik absolut berechtigt. Sehe ich ähnlich. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass natürlich auch Warwick Davis durch diese Rolle und durch diesen Film, glaube ich, auch die Tür aufgemacht hat für kleinwüchsige Schauspieler in dramaturgisch relevanteren Rollen, sag ich mal. Ja. Wie seht ihr das? Also zwei Dinge. Erstens, Peter Dinklage ist genau durch so eine Rolle weltberühmt geworden. Ja gut, er spielt aber einen kleinwüchsigen. Also er spielt wirklich einen kleinwüchsigen. Ja, ja, klar. Ja. Ja, ja. Ne, ne, also das sagt er ja nicht. Also er sagt ganz klar, also die Rolle, die er bei Game of Thrones gespielt hat, die würde ja voll in das Rollenbild passen, wo er sagt, dass das richtig ist, wie man damit umgeht. Er sagt ja, dass man irgendwie Kleinwüchsige als Zwerge betitelt oder keine Ahnung was in Fantasyfilmen. So, das ist ja eher seine Kritik. Oder dass die halt solche Figuren spielen, die halt so Fantasy... Also dass die überwiegend nur solche Rollenangebote kriegen eher, oder? Ja. Ja. Ne. Ne. Aber Ende, aber er will jetzt nicht, dass ich sag mal groß gewachsene Menschen Zwergen spielen. Ich glaube, ich glaube, die Aufruhr wäre groß gewesen, wenn jetzt bei Schneewittchen und die sieben Zwerge, die einfach Leute genommen hätten, die normalerweise zwei Meter groß sind und die einfach geschrumpft hätten. Dann hätte sie ja geheißen. Gimli-Style. Das haben sie ja tatsächlich gemacht, das haben sie ja gemacht bei dem Film mit Kirsten Dunst, ne. Da haben sie ja auch zum Großteil oder fast komplett irgendwie, glaube ich, Menschen genommen und die halt geschrumpft, digital, ne. Kirsten-Stuart. Kirsten-Stuart. Kirsten-Stuart, nicht Kirsten-Stuart. Ah, hier, ja, ja. Snow White and the Huntsman und sowas, ne. Also was heißt denn Stereotyp? Also halt so, also keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, es ist immer, es ist immer, ja, also ich kann es irgendwie, ich kann irgendwie nachvollziehen, was er meint. Ich glaube, er will da, äh, fordert da einfach mehr Respekt, äh, den, also kleinbüchsigen Menschen gegenüber. Das finde ich auch vollkommen richtig aus der Sicht, ne. Natürlich, das ist halt immer eine Gratwanderung. Jetzt haben sie halt, ich glaube, Disney sagt jetzt, dass die, dass die nicht mehr Zwerge heißen, so. In dem, also es ist, glaube ich, alles jetzt, äh, im Zuge der Diversity, ähm, äh, gibt's da auch Veränderungen, finde ich persönlich. Also ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn ein kleinbüchsiger Schauspieler einfach Teil einer Gruppe in irgendeinem Film ist, ohne dass darauf eingegangen wird oder sowas. Ja, ich glaube. Das finde ich einfach mal vollkommen in Ordnung, wenn das jetzt gar nicht so ein großes Thema immer wäre, sondern einfach Normalität. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich glaube, sowas, sowas wünscht er sich wahrscheinlich auch am Ende, dass sowas mehr passiert, ne, irgendwie. Genau. Und nicht kleinbüchsiger Schauspieler nur als Zwerg in einem Fantasy-Film, ne? Ne, wobei man natürlich sagen muss, er muss natürlich dann auch einen Film so schreiben, dass es wirklich nicht auffällt. Ja, ja, klar. Aber Peter Dinklisch geht da ja schon eigentlich genau diesen Weg. Der hat jetzt viele Filme gemacht, äh, und hat da Rollen gespielt, die wirklich nicht darauf bezogen waren, ne? Also eigentlich sich auf die Kleinwüchsigkeit beziehen. Und das finde ich persönlich auch cool. In den X-Men-Filmen zum Beispiel doch, oder? Zum Beispiel da... War ja überhaupt nicht relevant, dass er kleinwüchsig ist. Genau, da gab's einen Film, äh, Re-Memory, glaube ich, hieß der. Den hab ich auch gesehen. Da spielt er, äh, auch einfach einen Sohn von einem toten Wissenschaftler, meine ich. Aber es kann nicht sein, dass ich mich da irgendwie vertue. Der, äh, aber dann irgendwie auf Suche, auf die Suche der Erinnerung seines Vaters geht. Oder so. Irgendwie war die Handlung. Ähm, das hat aber auch gar nichts quasi in Bezug auf die Kleinwüchsigkeit. So, das... Und das hat, das hat mich auch gar nicht gestört, weil... Also, das stört... Eben, das stört ja auch niemanden so. Das soll ja auch niemanden stören so. Ne, ne, eben. Das ist das Normalste auf der Welt, das ist, ne? Also, dass das so ist. Und, ähm, ja. Das finde ich halt in der... In der Form eigentlich schon ziemlich makaber und lustig. Weil genau das ist ja diese richtig Fremdschäm-Szene bei Buddy, der Weihnachtself. Was denn? Wo Peter Dinklitz doch diesen krassen, arroganten Boss spielt. Ja. Und dann halt Buddy dahin kommt, schau mal, ein Elf. Und das ist halt, das ist halt so richtig zum Fremdschäm. Stimmt. Ja. Hat ja auch bei, stimmt, bei, ähm, Sterben für Anfänger hat er auch eine großartige Rolle. Stimmt, ja. So, aber genug über Peter Dinklitz, äh, zurück zu Warwick Davis. Ähm, der hat ja jetzt, äh, quasi wieder, äh, ja, wieder seine Rolle, seine Paraderolle aufgenommen. Und seit 2022, seit letztem Jahr, läuft tatsächlich, man hält es, es ist, man hält es kaum für möglich, aber scheinbar war der Bedarf da und, äh, offensichtlich läuft es auch ganz erfolgreich. Oder wird gut geguckt. Ähm, äh, die Serie Willow. Die, äh, quasi, äh, ja, nach den Ereignissen, äh, aus dem Film spielt. Also mehrere Jahre danach, logischerweise, weil der Film ist ja von 88 und Warwick Davis wird auch nicht jünger. Und der Film handelt von Sorcha's Kindern, äh, Kit und Graydon. Ähm, und... Hat sie die, äh, mit wem hat sie die Kinder denn? Matt Martigan. Äh, mit mit... Ach schön, die sind zusammengeblieben. Matt Martigan, nee, das nicht. Also, Matt Martigan ist tatsächlich, ähm, einfach nicht mehr da. Also, wird nicht, äh, ist nicht gestorben, sondern ist einfach, äh, weg. Das haben die dann damit begründet, weil Kilmer sollte ursprünglich eigentlich in dem, in der Serie auftauchen. Aber, äh, der hat ja, der hat ja Krebs gehabt und, äh, hat nach der, ja, nach der Therapie, äh, quasi dann auch gesundheitlich, äh, hat jetzt nicht das beste Immunsystem. Und das Problem war, dass die, äh, Dreharbeiten halt während Covid-19, ähm, äh, waren und er konnte dann nicht am Set, äh, dabei sein. Deshalb haben sie es quasi jetzt erstmal so gelöst, dass er nicht da ist, einfach, äh, verschwunden ist. Also, wird gar nicht thematisiert, wer der Vater ist quasi so eigentlich. Nee, 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 doch, doch, das wird, das wird thematisiert. Nein, nein, das wird thematisiert, aber der Vater ist halt nicht mehr da. So, also, die haben sich getrennt. Ist auch kein Spoiler, weil das wird direkt am Anfang erklärt eigentlich. Ja, genau. Also, Kippen holen. Genau, richtig. Und, äh, äh, so wie ich das verstanden hab, ist es halt, äh, also wenn noch mehrere Staffeln kommen, dann ist da die Rückkehr von ihm sehr wahrscheinlich. Wie viele Episoden hatten die für die Serie überhaupt? Ist das bekannt oder wie? Weiß ich gar nicht. Es sind ja noch nicht alle draußen, glaub ich. Ähm, ich glaub, es werden so zehn. Ah, okay. Ah, nee, ich glaub acht dann wahrscheinlich. Acht lese ich gerade hier, dass diese klassische neue Episodenanzahl acht Stück ist. Ja, ja. Ja, Warwick Davis kehrt, wie gesagt, zurück in der Titelrolle, ebenfalls wieder dabei. In Nebenrollen sind unter anderem halt Jean, 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 Welly als Sorsha, die, wie gesagt, sehr gut gealtert ist. Immer noch eine sehr attraktive Frau. Genau. Und, äh, Kevin Pollack und Rick Overton als Rule and Frangine spielen auch, äh, wieder mit, soweit ich das gelesen hab. Jetzt sind wir auch wieder dabei. Äh, ich hab bisher die erste Folge gesehen. Tommy hat auch die erste Folge gesehen. Äh, ich würd gern mal von Tommy, äh, mal ein Feedback hören. Du hast sie eben gerade erst gesehen. Genau, genau. Also erstmal muss ich sagen, ich ärgere mich tierisch, dass ich die scheiß Quiz verloren hab. Äh, es tut mir doch leid. Das ist, äh, es ärgert mich. Das hängt dir nach, ne? Da werd ich heute nach richtig schlecht schlafen. Äh, nee, aber... Das ist ein Start ins Jahr. Also ich fand die, ich fand die erste Folge richtig gut. Also ich fand die auch richtig düster und, und, äh, ich will jetzt nicht spoilern, aber man sieht halt auch schon ein paar Bösewichte und die sind richtig, richtig gruselig. Also das ist schon, also ich find optisch ist das schon Herr der Ringe Niveau. Also zumindest die Bösewichte, das muss man schon sagen. Das ist echt, echt gut, also muss ich sagen. Macht, macht Spaß oder macht, macht Lust auf mehr. Ja, definitiv. Also ich fand's, Herr der Ringe Niveau weiß ich jetzt nicht, also ich muss jetzt sagen... Nee, nur die, nur die, nur die, nur die, die Maske, die, also die, das Kostüm und Maske der, der Bösewicht. Achso, ja, ist, auf jeden Fall ist ein gut, gut gemacht, also die Aufmachung ist super. Ähm, mir hat die erste Folge auch gut gefallen, also ich find die auch echt cool. Ähm, fand's so am Anfang, war's mir ein bisschen zu sehr so Teenie-Drama im Fantasy-Look. Ja, ja, ja. Ähm, das ging dann ab, ab dem Zeitpunkt, wo sie quasi dann aufbrechen. Äh, also zur Geschichte nur kurz, ähm, die, äh, warum müssen die denn nochmal aufbrechen? Hab ich, ich hab das schon wieder vergessen. Ah, die müssen Willow suchen. Genau, die müssen Willow suchen. Weil, äh, quasi, äh, Sorsha, äh, ja, Vision hat das halt, äh, irgendwie, was, die Dunkelheit zurückkehrt. Äh, ähm, und, ähm, dann ja auch tatsächlich die, äh, diese, diese Schurken, die Tommy grad angesprochen hat, dann, äh, dann, äh, auftauchen und den, äh, Prinzen entführen. Also den Bruder von Kit. Und, äh, daraufhin soll dann quasi die Truppe aufbrechen. Ähm, unter anderem halt, äh, ja, also sie dann, äh, ihre Freundin, äh, die eine Schildmaid ist oder, oder Ritterin oder angehende Ritterin. der Prinzensohn, der irgendwie mit ihr eigentlich vermählt werden sollte, ne? Und so ein Typ, der da im Kerker sitzt. Aber der hat irgendwie eine coole Rolle. Man merkt so ein bisschen, er hat so ein bisschen diesen mathematischen Wipe von der Figur. Aber die große Dunkelheit, die kommen soll, klingt schon wieder ein bisschen wie unendliche Geschichte, oder? Nee, nee, nee. Es geht darum, dass irgendwie die Mutter, der Geist der Mutter in irgendeiner Art und Weise zurückkehrt. Ah, okay. Also, ja, wie Herr der Ringe fast. Bitte? Ein bisschen wie Herr der Ringe fast. Ja, ja. Mit Sauron. Klassische Fantasy-Geschichte halt dann. Man merkt halt auch, dass das super gemacht ist. Also, die Kampfszenen sind sehr gut choreografiert. Die Effekte sind natürlich modern. Das ist schon echt gut. Und, ah, ich seh grad, nee, George Lucas, ist der auch wieder involviert in irgendeiner Art und Weise? Nee, George Lucas, ja, glaube ich, nicht, oder? Lucas, Lucas Film auf jeden Fall. Ah, okay. Also, der wird, ja, aber was ist denn nicht Disney heutzutage? Ja. Dieser Podcast ist noch Disney-frei. Nee, noch. Na gut, muss ich mir auch mal angucken, dann die Serie. Klingt ja echt schwärmend, was ihr beiden da sagt. Nee, ist cool. Also, ist echt cool. Es ist, komischerweise, meine Freundin, die ist halt großer Willow-Fan, hat den Film auch mehrere Male gesehen. Wir hatten den auch dann nochmal zusammen geguckt. Die fand die erste Folge nicht so gut. Oh. Hätte nicht gefallen. Also, scheint, und bei IMDb ist auch so ein bisschen Gehater, hab ich das Gefühl, aber ich hab das Gefühl, ich hab auch auf der anderen Seite das Gefühl, das ist wie, ähnlich wie bei Herr der Ringe, dass auch wieder viele Diversity-Kritiker und alles da unter den Leuten sind. Ja, ja, ja. Und das sollte man immer so ein bisschen, ja. Ja, aber auch Willow selbst. Schon bewertet vor Veröffentlichung, ne? Macht mir meinen Originalfilm von früher kaputt. Aber auch Willow, der Film ist nicht so gut bewertet bei IMDb, ne? 7,2 und, ähm, der Metascore von 47, also. Ja, gut, aber Metascore haben aber viele, viele, viele Filme, die wir früher gefeiert haben, haben keinen besonders krassen Metascore. Ja. Oh, ich seh's grad, die Serie ist bei 5,3 aktuell. Ja, ja, ja. Oh, ja, jetzt. Also, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Also, das wird ja absolut nicht gerecht. Aber man sieht, jede Folge... Ja, aber, das seh ich doch, den Vergleich seh ich wieder mit Herr der Ringe hier schon. Ja, ja, absolut, absolut, absolut Käse, ey. Eine Bewertung von Peter Dinklage. Jeder, der, jeder, der überlegt hat und sich dann die IMDb-Wertung anguckt, äh, gibt da erst mal nichts drauf. Ich hab auch Kritiken gelesen, sogar die, also von Kritikern, die gesagt haben, die Serie gefällt ihnen besser als der Film. Also, ne? Also, erst mal gucken selber und nichts auf diese Kritiken geben. Ich glaub, wie gesagt, da ist auch viel Hate einfach dabei. Aber, ja, ja, ja. Das ist der Rat bei jedem Film, jeder Serie. Immer eine eigene Meinung machen. Ja. Richtig. Außer wir sagen, das ist scheiße, dann natürlich nicht. Ach so, übrigens, äh, Markus, äh, wenn du bei IMDb bist, guck dir bitte nicht den Cast an, weil dann wirst du gespoilert. Ah, sehr gut. Ich hab's grad schon weggeklickt wieder. Huh. Ja gut, wir haben ja schon... Jetzt bin ich aber neugierig, Tommy. Wir haben aber schon... Ein paar Figuren, äh, hab ich ja schon genannt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ja, nee, ich mein was anderes. Aber darüber will ich jetzt nicht, darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. Muss ich mir nachher mal erzählen. Wart der Nackt sehen. Alles klar. Ja. Hat noch jemand was zu sagen? Ne, Matthias ist nicht dabei, ne? Matthias ist nicht dabei. Ne, tatsächlich. Ja, äh, frohes neues Jahr nochmal. Ja, frohes neues Jahr. Und, äh, haben wir doch gut gestartet mit einem netten Film. Und, äh, ist doch schön, dass du jetzt auch, äh, Markus, äh, im Zuge des Podcasts diesen Film mal gesehen hast. Ja, das... Achso, eine Sache hätte ich noch zu sagen. Für alle, die jetzt noch dran sind. Folgt uns, bewertet uns. Ja. Und, äh, ja. Geht mit uns durch das Jahr 2023 zurück in die 90er. Auch bei Spotify. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, fünf Sterne. Wenn nicht, lasst es. Danke. Genau so. In diesem Sinne, ich hör den Jingle. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschau. 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 Tschau.